Nusperkuppel, Alter, ich will knuspern. Jetzt hätte ich doch bloß Kekse gekauft, als ich in der Stadt war. Du kannst keine Kekse essen. Ich weiß. Ich muss mal selber welche backen. Haferkekse. Als ob, du sagst immer, du backst das, du backst das, du backst das, du backst das. Einfach runde Kekse und dann rosa anmalen und dann sind die auch Kirby. Und dann kann ich den einsaugen. Wo müssen die rosa sein? Uiuiuiui, neue Freunde. Wasser, 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 Wasser. Ähm, ich möchte, dass... Okay, dann bist du nicht mehr Gupschi, sondern bist jetzt mein Wasserfreund. Ich gucke mal, ob ich dann gleich irgendwas Cooles einsaugen kann. Warte, ich will den da oben haben. Also, Moment. Ich lege meine Power-App. Ich sauge den ein. Ich slug den runter. Und jetzt wäre ich gerne... Nein. Ich will aber ein Wasserschwert. Rund. Nein, das ist doch nicht ich. Das ist nicht ich. Wahnsinn, ich will ein Sprudelschwert. Joa, Boy, die Macht von Greyskull. Habe ich die Macht. Haben wir noch Feuer? Ja. Ja, ja, der Typ kann ja jederzeit Feuer machen, wenn es sein muss. Abgefahren. Sieht halt so schick aus, dass du das einfach da oben rausballern. Oh. Oh, du kannst doch noch... Wellesdorf, finde ich noch. Ich weiß nicht wie. Ach doch. Hä? Woaah! Woa, was ist das denn? Woa, 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 woa. Vielleicht will ich auch der sein? Okay, doch nicht. Will der nicht sein. Der ist auch noch wieder vorn. Geht immer weg jetzt. Ja. Und das kleine Baby-Lab-Rasse-Typen schlecht. Oh, kein Ei. Ist doch hier... Wie ein, wie ein, wie ein... Oh, man... Essen, essen! Essen! Ja, Hotdog! Ah, jetzt geht's mir besser. Oh, das war's schon. Alter. Läuft aber bei dir, ne? Ja, also wenn ich erstmal am Laufen bin, dann bergrunter, hört's auch leider nicht mehr auf. Das ist wirklich so. Wenn ich erstmal bergrunter ins Traben gekommen bin, dann ist es vorbei. Weiß auch nicht, wie man das dann macht, dass das dann halt nicht, dass man dann da nicht stirbt. Davon hatte ich als Kind immer Albträume, dass ich irgendwie total den steilen Berg entlanglaufen muss und das nicht auf die Backe nicht bekommen habe. Und dann stirbst du, oder was? Ja, weiß ich nicht. Dann haben wir immer durch die Gegend gerutscht. Dann bin ich aber aufgewacht und dachte mir so... Hä? Das, glaube ich, lag daran, dass meine Grundschule war an einem super steilen Berg und ich hatte an dem Berg meine Fahrradprüfung. Und die hat halt einfach legit niemand geschafft, weil der Berg zu steil war und wir sollten halt am Berg dann anfahren mit diesen ganzen Schulbussen. Ich war nur so groß, okay? In der fünften Klasse war ich nur so groß und mein Fahrrad war so groß. Es war kein schönes Gefühl. Ich glaube nicht, dass du im Fall... Nein, nein. Nein, ähm, ich will die Rockkraft. Oh, wie er geguckt hat, voll süß. What the fuck? Du hast das gefangen, kann das sein? Ich habe da ein Herzchen geworfen, aber ich habe... Hast du die Rockkraft? Ich habe die Rockkraft. Ich habe die Kraft, das war... Oh, Metal. Guck, Metal. Ja, aber du hattest ja... Ja, die habe ich ja weggeworfen und du hast sie gefangen. Aber du hattest ein Schwert, ne? Schwert und dann die Rockkraft. Ne, Schwert und die Sprudelkraft. Ich kann ja nur das hier machen. Ich mache dann Curling. Ja, so was. Ja, Sprudel Curling! Äh, nee. Okay. So. Leider, dass du... Dass man dir keine Rockkraft geben kann. Das ist ein Schwert, das rockt. Hüff. Äh. Es bist du auch ein Stein. Wuhu. Geil. Ein Stein. Ein Stein. Hallo, ein Stein. Bäh. Komm. War da oben noch was spannendes? Jep, bestimmt. Da muss ich dann... Nee, nee. Wir haben das... Das hier ist das Secret. D-d-d-d-d-d. It's a secret. Wabedabedabedaba. It's a secret. Ne, ne. Warte, ich muss ihn nachher spielen. Warte, ich will jetzt nochmal, achso, jetzt muss ich was weiter rohlen, okay, äh, ja, oh, Secret Level! Jetzt nochmal, it's a secret! Ich brauch da so'n Soundbutton für irgendwann mal. It's a secret! Äh, ne, Curling kriegen wir ja ohne Probleme hin, dann möchte ich nämlich das hier, bitte einmal curlen! Und... Ich glaube, ich habe gerade Frost Curling ausgedacht. Frost Curling! Ich liebe solche Mechaniken! Das ist so gut! Das macht so viel Spaß! Ich höre nicht mehr auf zu schweben, lass das! Deswegen bin ich bei Kirby am meisten bis jetzt, äh, direkt bei den Bosskämpfen, weil ich das mit dem Schweben nicht mehr hingekriegt habe, dass ich dann... Kirby ist dann so langsam, wenn er schwebt, und dann muss ich dann ja loslassen und irgendwie drück ich immer die falschen Lippe und ich hab' keine Ausreden. Uiuiuiuiui! Ich bin... Aaaaaaah! Danke für nichts! Ich wollte das nicht! Halt! Oh! Kann man nicht sagen, hör! Siehst du, du machst das immer! Wie schnell warst du denn, bitte? Smart! Aha! Wollte nicht noch mal auf! Warte, 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 jetzt aber! Und... 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 Geil! Ui! Ui! Oh, richtig schön! Oh nein, jetzt hab' ich das kleine Lapras kaputt! Ich höre ja gar nicht mehr auf! Ist gut, ist okay, ist gut! Jetzt hab' ich das Lapras kaputt gemacht! Okay! Ah, das kommt gleich noch, glaub' ich! Ich! Ja, da unten! Oh, wir haben niemanden zum Schneiden, oder? Oh, brauchen wir gar nicht! Oh, brauchen wir gar nicht! Alles gut, alles gut! Frost Curling! Bier! Oh, das hab' ich grad noch so erwischt! Oh, da haben wir... Oh, das und alles und überhaupt dann... Höf ist ja考 it! Rote Sterne! Bis dahin Lapellier! Und dann muss ich so langsam machen! Aber ich muss dann nochmal drücken und dann bin ich so langsam! Ja, wir müssen halt immer drücken und bobo 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 bobob! Okay! Ich weiß nicht ob es am Controller liegt aber... Ne, ich bin einfach inkompetent. Ahhh, ja ... Und ... Nein! Dich, die Partiveogel nicht den Partiveogel! Dann nicht den Partiveogel kaputt machen! Wie, das muss ich das machen, und ich muss den... Du musst ihn einsaugen. Ich muss erst mal das da loswerden. Nein! Wieso hat das Ding ihn dann kaputt gemacht? Du bist ein schrecklicher Kirby. Ich zerstöre hier einfach alles. Das war so nicht geplant! Geh weg! Geh weg! Was machst du denn? Ja, ich hab das Rockding eingesaugt. Das war so nicht geplant. Kommt der Paradiesvogel nochmal? Das ist jetzt mein Name. So, pass auf. Jetzt bin ich nämlich Paradise Festival Kirby. Paradise Festival Kirby. Das ist der Festival Kirby und das war der Festivalvogel. Den hab ich auch in meinem Kirby-Video gemalt. Oh, äh, Ende anscheinend. Oh, Traumpalast. Oh, jetzt können wir nie einen coolen Raum unterhalten. Unsere anderen Freunde holen im Traumpalast, im Dream Palace. Dream Palace. Ich bin fancy übrigens. Nee, ich bin fancy. Du bist ein großer Vogel. Wir sind jetzt durch die Hülle durch. Party! Party, Party, Party! Oh yeah! Hm, ha! Partykracher! Angriff steigt! War das ein Angriff von dir oder was? Ja, sowas ähnliches. Bomben, Kirby! Oh yeah, okay. Der Paradiesvogel war irgendwie total useless. Der hat ja Angriff steigt gemacht und so. Ja, aber das ist doch nicht für immer, sondern nur für das Level. Ich glaube, ich hab's perfekt gemacht. Hey! Nee, nee, du hast dich nicht verbessert. Ich hab mich verbessert. Aber ist nicht so schlimm. Aber wir haben 30 Sterne deswegen bekommen. Ja. Ist von in Ordnung. Das ist Kirby. Das ist Kirby. Das ist Kirby. Und das sieht auch aus wie ganz altes Artwork. Ja. Wie wahrscheinlich das auf den alten Gameboy-Boxen. Oh ja! Vielleicht redesigned oder so. Aber trotzdem in dem alten Style. Ja, da war es ja grau-weiß. Da war es ja nicht boon oder so. Ja, aber die sind immer alle grau-weiß, diese Bilder. Deswegen weiß ich das nicht. Honig-Hüge! Hey, das klingt ja quasi wie eine Einladung. Ja, geh mal in den Dream-Palatze. Ja, du kannst so mögliche legendäre Charaktere treffen. Ja, mach das. Will ich auch jetzt los? Lass mich laufen. Ich will jetzt laufen. Ich darf übrigens nicht laufen auf der Ebene. Sad, sad. Die Nintendo hat bei Overcooked gesehen, wo das hinläuft, wenn ich mitrede. Das Zepter. Das Traumzepter. Da werde ich dann zu Sailor Moon. Sailor Kirby. Wuhu! Drehen wir am Freundesrad. Hey! Gui! 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 Voll gut. Willst du Gui sein, ja? Du musst... Moment. Das ist seltsam. Boop. Nein! Und übernimmst du doch wieder einen anderen. Nee, wir müssen ja die Kraft da... Wir müssen ja die Kraft draußen sein. Also, nee, also nicht werfen. Ich bin durcheinander. Nicht werfen. Durcheinander bin ich. Nicht den X-Knopf drücken. Bin verwirrt. Und nicht aus Versehen eine Powerkraft einsammeln. Sonst bist du nicht mehr Gui. Oh, wuuh, 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 warte, 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 warte. Warte. So. Upp. La liiidi du. Boah, schnell hau hin. Oh, das war aber voll süß. Ich habe die... Alter, ich bin Feuerjojo. Gib mir ein Brötzeljojo. Ja, bei der Macht von Grayskull. Oder so. Du bist schon ziemlich cool mit dem... Mit dem... Ich sehe ein Fancy aus. Ui, 20. Au! Alter, was? Guck dir das an. Du bist so OP. Ich werde halt nur noch fliegen. Ja, will ich auch machen. Mein schön. Ach, da ist immer irgendwas Besonderes drin, du. Oh, Secret Dog. It's a secret. Vital Sterne. Ja, habe ich... Ach, sammeln wir die ganze Zeit. Es geht, ja. Das waren ein One-Ups, alles klar. Oh, das war jetzt wieder ein... Du setzt dich rein. Was interessieren wird? aber da rechts geht doch die stunde außerdem wollte ich durch pass auf dass du keine anderen kräfte berührst du warst so knapp am jojo okay dass du machst das nicht ich mache nur das einfach alles aber ein ab nicht dass es brauchen würden du fliegst aber viel schneller als ich weil ich ein krasser typ bild das ist diese zwei geteilte welt da musste man dann alle durch den boden wenn das spiel im das jetzt erst erklärt man muss drücken jetzt muss ich auf die nutze drücken und jetzt habe ich das schweinchen und das andere schwein ja da smart franz hat gewartet zufällig ja lag nämlich nicht der tschüss tschau lag nämlich waldis was los hier waldis und ich werde alle mal ausprobiert haben ja hallo ein schwein was du mal auf das lebenspunkt verloren was habe ich was nein nein ich habe angst oh mein gott du stirbst was komm her jetzt ich sterb fast komm her jetzt komm her jetzt klappt nicht ach ich wusste es dann nicht aber irgendwie funktioniert viel spaß beim model die zählen da sind übrigens wurde dies vor dir dachte du machst alles weg 1 2 3 4 5 die sind ja alle noch am leben wir sind ja nur untergefallen und dann kerby darunter fällt dann heißt es tut tut du ich würde mal vermuten dass das doch nicht so läuft man das so das heißt wieder das kommen gleich wieder welche nein nein doch doch nein nein doch doch wieder schon ich ahne das easy hier passiert hier rein gar nichts oh 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 setz dich schon mal rein bitte aber ich verstecke nicht und ich muss doch oh das geht nicht ok bist du soweit ok 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 ja ich habe angepeitscht und ich fliege und es ist so gut wenn man das zu zweit machen kann na gut ich jetzt auch ich bin gar nicht drin dein glatzchen guckt raus ich bin oh alles klar und rein mit dir it's a secret spiele mithilfe der joycon controller mit anderen aber ich habe ein gamepack ach du schreck du schnell schnell rück das der schlüssel das war so nutzlos dass der schlüssel direkt davor lag das war wirklich nicht gut versteckt nach rechts können wir jetzt ein zusatz abschnitt auf der weltkarte ok ok wir hätten um das stimme noch zurück kann wo das ding runter gefallen ist willst du noch spula Ja, jetzt bin ich neugierig. Was soll ich essen? Ja, das ist nur hier. So, einmal angezündet. Diese Augen, diese Augen, das ist so rün. Ah! Hey! Hey, das ist... Feuer ist hier gefährlich, ja? Oh, mein Gott. Ach so, wie wir hochfliegen können. War ja offen. Ja. Es war spektakulärer, dass wir uns nochmal haben schießen lassen. So, warte, 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 lass das. Nee, das muss man noch aufmachen. Nee, nee, nee. Nee. So. Und jetzt können wir bestimmt hier... Ja. Können wir bestimmt. Hier gibt's bestimmt irgendwas. Shit. Okay, dann vielleicht hier unten. Es gibt bestimmt hier irgendwas. So komplex ist Kirby immer gar nicht. Okay, anscheinend nicht. Schade, Marmelade. Das ist halt nicht so komplex. Warte, ich komme angelaufen. Ich will. Schade. Ich, äh, sorry. Ich dachte, es passiert. Zusatzpuzzleteil oder so. Das ist aber... Kirby ist tatsächlich nicht so kryptisch. Das ist echt sehr kinderfreundlich gemacht. Sehr kinderfreundlich gemacht. Ein Schwein! Aua. Hat mich das gehauen. Ich hab's doch mit meiner Peitsche erwischt. Mit meiner Brutzelpeitsche. Mit deiner liebevoll geschwungenen Brutzelpeitsche. Ja. Wird froh sein, dass es hier keine Fleischfähigkeit gibt. Wow, der ist Rodeo gelaufen. Tschüss. Ich hätte jetzt... Ich hätte jetzt irgendwas damit freigeschaltet. Nee, aber ich kann ja immer noch Gas andrennen. Da musst du dran denken, weil... Da war schon ganz viel drin. Ja. Gott, die Schweine weinen, wenn man sie haut. Ja, zu Recht. Das ist halt voll traurig. Du bist so ein brutales Monster. Das ist richtig grauenvoll. Oh, eine Möhre. Habe ich gegessen. No. No, 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 no. Ah, nee, ich war ganz woanders. Nein, 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 nein. Oh, ha, ha, pass bloß auf. Ich, ah, okay. Also, ich meine, wenn du ruhig bleiben willst. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Mann. Ja, klar. Die CPU wieder. Immer diese CPU, dass die noch gewählt wird, kann ich ja gar nicht nachempfinden. Au, au. Ui. Yay. Das ist so gut. Ui. Haben wir denn hier noch was? Ja. Erstmal nur eine goldene Tür. Muss reichen. Wie du halt einfach auf deiner Muskelzunge stehst. Oh. Und. Oh, nee, das war nicht gut. Oh, du hast Gold. Oh, oh, oh. Ui. Nee, das war wirklich nicht gut. Schade. Irgendwann haben wir den Dreh raus. Ich, 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 ich. Weil bei Kirby spielen an dem Endspiel eigentlich immer sehr gut. Mh, wahr. Ui. Ui, da haben wir nur eins. Ich kann nichts erkennen. Oh, das wird langsam. Es könnte Kirby sein. Ja. Ich glaube nur auch vielleicht ein bisschen. Mein erstes Kirby-Spiel war übrigens auf dem großen, dicken Game Boy. Den großen Klotz. Den Backstein. Ja, den grauen. Das habe ich mir immer nur ausleihen können. Auf dem Spielplatz. Ich war mal super neidisch. Hallo, hallo, ich bin Honigball. Hallo, hallo, ich bin Honigball. Hallo, hallo, ich bin euer Honigball. Untertitelung des ZDF, 2020